Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Wir gucken ja mal zwischendurch ganz gerne auf unsere Knappenschmiede und dieses Wochenende haben beide Teams aus der U23 wie auch aus der U19 überzeugen können. Unsere U19 war nämlich zu Gast bei Preußen Münster und konnte am Sonntag mit 3 zu 1 gewinnen. Torschützen waren Milic, Rotondo und auch unser Sturmtalent Kojic und damit konnte man das Spiel nach einem 0 zu 1 Rückstand noch drehen. Aktuell stehen unsere Schalker Jungs von Norbert Elgert damit auf Tabellenplatz 3. Nach 10 Spielen 18 Punkte geholt der BVB, ja, leider ist es so, ist aktuell Erster, 7 Punkte weg. Wir haben aber auch nochmal ein Spiel mehr. Also es läuft nicht alles überragend gut, aber trotzdem gab es einen wichtigen Sieg mit 3 Toren. Noch besser läuft es, zwar nicht vom Tabellenplatz her, aber von der Form her bei unserer zweiten Mannschaft in der Regionalliga West. Denn Schalke 2 ist auf Tabellenplatz 10 geklettert am Samstagmittag. Parallel zum Zweitligaspiel gab es das Viertligaspiel bei Wegbergbeek. Das ist ein Verein, der nun Tabellen 18 erspricht. Wir waren durchaus der Favorit und es war wichtig, da zu gewinnen, das haben wir auch geschafft. Dort haben unter anderem Rufa Dadaschow per Doppelpack, unter Neuzugang Amadin und auch Krasnicki getroffen zum erfolgreichen 4 zu 1 Erfolg. Unter anderem Matriciani und auch Ciananuklu haben ebenso mitgespielt wie Neuzugang Kassetelle. Und auch nochmal ganz wichtig, es war der dritte 4 zu 1 Sieg in Folge für unsere U23. Zum Jahresauftakt, ja, in Gladbach 4 zu 1 gewonnen, dann Ende Januar 4 zu 1 gegen Lotte gewonnen und nun eben am Samstag 4 zu 1 gegen Wegbergbeek gewonnen. Da läuft es richtig, richtig gut. Man war ja lange Zeit im Abstiegsamt mit dabei, ist durch diese Formkurve nur noch Tabellenplatz 10 geklettert, hat aber auch da ein, zwei Spiele mehr als einige der Konkurrenten. Trotzdem ganz, ganz wichtige Siege und somit natürlich ein extrem erfolgreiches Wochenende für Ganschalke. Sieg für die Profimannschaft in der 2. Liga, Sieg für die 2. Mannschaft in der Regionalliga und auch Sieg für unsere U19 in der U19 Bundesliga. Also, das ist das kurze Update zur Knappenschmiede. Unsere Talente konnten komplett überzeugen. Eure Meinung dazu, gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Annelies Schalker.